und direkt auf wieder zurück so wir wollen die gute festung durchschilbern das machen wir jetzt auch noch sollten wir auch in der folge schaffen ich bin auch der einzige der im server ist weil ich mal nachts aufnehme dem seltener mit leuten auf nur wenn das wirklich abgesprochen ist und das dann auch dann geschieht alter jetzt wollen die aber mich hier snipen oder was kommt die meist mal hier runter die treffen aber gut wenn das mehrere werden dann habe ich ein leichtes problem gegen die auch gut ich habe jetzt gar nichts essen gehabt das sollte man auch mal im ändern das haben wir etwas besonderes gelten tongue nach und weg die welt entschoselung weg 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 was gab's oh ein helm kommen wir ziehen das zehn jahren ich weiß gar nicht was der macht forsenhelm null ahnung hier ist glaube ich auch nichts drin guten tag guten tag was hat denn hier gräber oder serke könnten unmöglich sein nein 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 ich wusste es doch einfach raus durchgehen schauen was dahinter war nix da oben war nämlich tnt da seht ihr das war nämlich tnt die olle dricksau hast du hier wären pistons gewesen ok damit alt umgang also ich wollte hier eine fakte hinsetzen kein block zombie und truhen material nice 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 hier ist nix drin hier sind noch betten 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 ist auch nichts drin betten wieso das in lava sind denn doch nicht dachte ich die bekamen sowie spor主as langweilig vorwelt besser aber irgendwie auch in der nähe da habe ich auch schon mal getroffen wo ich dein vídeo warum fragt ich uns testosteron da 하� sollen die USA beziehungssel ist mit rely sponsoren können und noch mehr modi feier später auf paar sachen köften können kommt schon und an hier durch machen die fände aber das nerven säge hier ist nix 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 ist gar nichts im allgemein ninja Einmal durch, einmal Ruhe Und hier mal im Schauen Inventar ein Bild könnte auch sein Ist leider nicht Und Überraschungsangriff Tot, tot, tot Das hat mein Inventar Müssen wir auch mal eben aufräumen Fäuschenstrekner Weakness Ninja, Ninja Hier muss gar nichts mehr Ach doch, hier sind alle runtergelaufen Ah, ist klar Komm her, komm her, komm her Ich treffe noch Alter, was hat der mich getroffen? Alter, du bist das oder was? Was hattest du denn dabei? Moin, die Gute von uns Protection, Ironbow, Power One Zur Not können wir mal hier die Meteoritenrüstung dann gleich anziehen Eine Hose hatten wir da auch noch gehabt, oder? Ich glaube ja, eine Hose hatten wir auch noch an Zumindest Inventar Eine Goldhose haben wir noch zur Not Erstmal das rein So Okay Spider Wow Wow Zack, zack Da wird ein Spider-Spawner sein Nein, die Goblins reiten auf die Dinger rum Fett Wer ist das denn? Aufnahme läuft noch Ach, Goblins, guten Tag Die machen mir eigentlich nicht wenig aus Nur wenn die Massen sind Und die sind auch näher für die kleinen Dinger Wenn man die nicht unter Kontrolle hat Druckplatten gefallen mir ja immer so viel, ne? Gehen wir gleich hier direkt zu lang Gefällt mir ja kein Metadruckplatten Ach, das sieht aus Ach, das ist so ein Mensch Ach so, okay Dann verstehe ich das auch Wie jetzt hier Spawn die Dinge immer damit, oder was? Unge Egal Abbau muss sein Es gibt mir sowas nachher auf den Keks noch Klopf, klopf Kohle Klopf, klopf Jetzt haben wir hier noch drinne Gold Und Kohle Bett, 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 Bett Hier ist Nixe Und doch Alter, ein Grenadier Die Grenadier ich jetzt erstmal Mit seinen eigenen Taktiken So, jetzt bist du nämlich down Hast aber nichts fallen gelassen Richtiges Cloudboots und Goldblock Ist immer geil Brauche ich mir keine Kräften von Goldboots Beziehungsweise Cloudboots Und zwar Kostet mir auch Gold Dann geht hier rein Warte mal Warte mal, da können wir doch hier Junge Die gehen auch immer auf Rüstung Fast eine fettige Eisenrüstung wieder Cloudboots da rein Hallo Guten Tag Wie Teleport Davon war nicht die Rede Hi Zombie So, immer weiter runter Da sind wieder ein paar Goblins Zombies Auch Ah, excuse Ender Berry Büsche Mitnehmen Jetzt gehen wir mal den Weg hier ein paar lang Und kloppen wir Was hier so kommt Zombies Ach, ist doch nix Die Lava, die gefällt mir gar nicht Pilze Ja, hier ist eigentlich mal was uninteressant Oh, jetzt geht's langsam in den Raum rein Jetzt glaube ich auch nie was runter, oder? Ne Alter Wo kommst du denn her? Box Oh, nice Haben doch gleich die Silk Touch Spitzhacken Einsatz hier Wie geil sieht das denn aus? Hier muss doch irgendwas sein Ich könnte jetzt hier einklichen Warte mal, eine Fackel muss ich hinsitzen Die Bilder abreißen gleich mit Dahinter ist nix, aber Na, ich dachte hier oben wäre auch was Leider nicht Sieht aber geil aus Hier ist noch ein Gemälde Hier sind oben aber keine Dussels Oh, hier sind wieder ein paar Dussels Oh, der ist halt aufgegangen So, zumachen Ich will nicht wissen, wer dahinter ist Her damit So Wir umgehen das mal eben Und das müsste doch hier irgendwo Alter Lava, Lava, Lava Über Lava hier Hier ist auch Lava So, hör Ist ja gar nicht geil Geh mal bitte weg Kannst du bitte wegquilissen Komplett Ich setze hier nämlich auch noch eine Fackel hier Extra Die kommt weg Die ist nämlich gefährlich So, Essenzen Immerweils Im Ofen ist nix drinne gerade Schade Ah, den Bullock hier Den brauche ich nicht Eine Dia-Rüstung Protection of Thrones Nimm was, ziehen wir direkt an Und direkt alles hier rein So, Spinnaugen Und dann ist auch gleich Das Inventar schon wieder voll So, wann haben wir denn hier drinnen Was? Was? Wo wir nämlich jetzt Einmal one-hitted Better Dungeon Arc Armor Okay Dealer Kann ja gar nicht so wild sein Außer dahinter kommt noch was Nee Ach, Koblenboss Wie süß Der macht da irgendwas Special Antact-mäßiges noch Alter, der boxt mich genau auf Rüstung Und jetzt am Ruhmglitschen hier weg Was du kannst, kann ich auch So, wir gehen erstmal voll drauf Den armen Jungen erstmal schön in eine Ecke rein drängen Na komm, 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 komm Jetzt will ich mal einen Schnitzel essen So, erstmal ausleuchten hier Dass wir mal mit einer Bude sehen Hier kommen Komm schon, komm, 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 komm Kann da nicht mehr viel sein Komm schon Nice Was gab's? Äh, Moonlight Das Moonlight Sun oder so Das hab ich ja auch schon Das andere Schwert Ich weiß gar nicht, was können die Ja, die können Resistence, also nochmal ein bisschen Abwehr extra Das ist immer krass Ja, alles mit nicht mehr Guck ich's hier Clock Da kann ich mir auch so viel mitnehmen Lalalala Gucken, was wir noch alles so Hauptsächlich noch reinkriegen Den Rest müssen wir mal schauen Eisenboots Cloudboots Ist immer Immer hier die Sache, was reinpasst Pfeile muss ich mitnehmen Ich brauch nämlich noch welche Braucht da massig von Massig Pfeile Oh, yo Geil Jawohl, noch ein Pack Und hier oben Healing Stuff Aber unnötig für mich, weil ich alleine bin Healing Stuff sind eigentlich immer nur im Team gut Pfeile, Printing, Press Nice Jetzt kann ich hier wieder nicht die einsammeln Die ja schonmal So, das kann alles weg Können wir auch alles einsammeln Warte mal Lieber noch jetzt hier raus Hier sowas wie ein Knopf Ey, der kann auch hier rein Na ja, schön Für die Auskunft hier So, hier kommen wir hier raus Da kommen wir irgendwo nicht raus Wo kommen wir hier raus Ah, nee, ist doch besser so Jetzt gehen wir nämlich direkt wieder raus Und dann Ist es eigentlich schon wieder fast zu Ende Schauen wir mal, dass wir irgendwann beim nächsten Mal Piratenschiff hin oder uns jetzt unsere Festung So langsam bauen Das wäre, glaube ich, besser Grund schaffen und eine Mauer bauen Also langsam müssten auch die Blöcke der Smeltwee fertig sein Wir sind ja fast schon draußen hier Flop, Cloudboots kann man einfach nur querbeet einspringen Hi Creeper Boah, ich dachte schon, hier wäre noch ein zweiter Ist aber nicht Oh, da ist eine Truhe Die habe ich aber nicht vergessen Hey, Mr. Zombie Was sind Bam Okay, ist nix Zack Den nehmen wir mit Und weiter geht's Was sind das? Sind das? Das sind normale Ist aber auch relativ egal Einfach mitnimmst Warum ist hier eine Seele Und warum ist dann Enderman Ist doch nix Ich habe kein Soulfeather drauf Beziehungsweise Soul Eater Welches die Seelenbeschwörte Hä? Ist mir irgendeiner gefolgt Oder so? Das wäre verwunderlich Weil hier keiner drauf ist Auf dem Server Creepy Weil da war ja vorher nix Naja Was soll's Klapp nach oben und Stuff wegbringt Regnet das? Geiler Jackpot Wie soll's schneit Und hier regnet's Würde ich aber sagen Da wir das fertig sind Gehen wir jetzt erst wieder nach Hause Und machen das dann halt Mit dem Bauen jetzt so langsam Lalalalalala Lalalala Lalalalalala Lalalala Lalalala Da ist noch ein Haus Das ist aber glaube ich Nichts interessant Das war Ich bin mal auf der Karte mit bei Ein Wildschwein Oder sowas Ähnliches Da oben Ne Ich dachte irgendwelche Tiere Ach komm Schafe Gleich mit Boxen Ah hier ist noch eine Kuh Jetzt hab ich da keinen Platz Im Inventar So Machen wir da so Und noch ein zweites Kuh Spawn Eye Das ist geil Blackbeer Alter Der Direkt weggenockt Oh da sind schon Überfolge Aber ich glaube die letzte Folge War ein bisschen kürzer Ich werde jetzt eben noch Nach Hause sprinten Und dann ist auch Folgenende Dann gehe ich auch ins Bett Sechs nach drei Da muss auch irgendwann Schluss sein Folgen müssen auch noch hochgeladen werden Für den nächsten Tag Und sowas Das kommt ja alles dazu Also eben nach Hause Und dann ist gut Dann wollen wir nicht beim nächsten Mal Alles fertig Alles ebenen Alles hier richtig machen Und dann ist alles okay Gut Ich würde sagen Ich logge mich hier aus Ich hoffe es hat euch wieder gefallen Beim nächsten Mal machen wir halt wie gesagt Terraforming etwas Damit wir halt große Sicht haben Und wir fangen dann an zu Bauen Und zu craften Was das Herz begehrt Und dann Sehen wir mal weiter Bis dahin Euer FlashHotalp Und Tschüß